Hallöchen Pupüchen und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Dario Torbito und heute gibt es hier etwas zu gewinnen. Wie ein paar da draußen möglicherweise ja bereits wissen, erhalte ich monatlich 5 bis 10 verschiedene PR und Beauty und was auch immer Boxen zugeschickt. Ob ich es möchte oder nicht. Und wie wiederum die einen oder anderen anderen wissen, habe ich nicht immer so die größte Freude mit den darin enthaltenen Produkten. Was mich dann auf die Idee gebracht hat, ich veranstalte einfach so eine Art Schrottwichteln. Aus dem direkten Wichteln, das heißt ja, man schenkt sich gegenseitig etwas, wurde jetzt nicht wirklich was, weil ich um ehrlich zu sein ein klein bisschen frustriert bin, weil einige meiner YouTube-Kollegen, ja, wie soll ich sagen, es haben sich einige gegen mich verschworen und unter euch sind auch ein paar schwarze Schäflein, die mir das verraten haben. Also aber egal, darum geht es jetzt nicht. Deswegen habe ich so ein bisschen die Freude an gegenseitigem Verschenken und Tauschen verloren. Aber ich mache einfach eine Verlosung draus. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich jetzt ein großes Paket mache oder mehrere kleine. Vermutlich mache ich mehrere kleine, aber es werden mindestens 5 Dinge pro Paket drin sein. Alles, was du dafür tun musst, schrägstrich die Teilnahmebedingungen, schrägstrich das Impressum, befindet sich bei mir unten in der Videobeschreibung. So rechtliche Sachen haben wir geklärt. Wichtig ist, es steht unten dann eh noch dabei, dass wirklich alle Teilnahmebedingungen, bei denen dabei steht, dass es erforderlich ist, auch wirklich eingehalten werden, da die Auswertung ein kluger Roboter durchführen wird, der wirklich nur auf diese Datensätze achtet. Es sind ja eh nur drei Sachen oder so, die man erfüllen muss. Den Gewinner werde ich dann direkt auf Instagram sehr wahrscheinlich anschreiben. Also nicht, dass ich angeschrieben werde, sondern ich schreibe die Person an, damit sich niemand Falsches Aua, damit sich niemand Falsches melden kann. Ja, und alles andere steht unten in der Videobeschreibung. Tschüsschen, viel Erfolg, Daumen drücken tue ich jetzt für dich und schönen Tag doch. Tschüss.